Was ist das? Träume ich. Es fiel wie ein Blitzstrahl vom Himmel. Es ist abgestürzt und es lebt. Status? Erste Reaktionen. Wird gleich zu Aktivitäten erwachen. Ein streng geheimes Experiment, von den Militärs ängstlich gehütet. Hey, schau dir dieses Ding an. Was ist los? Das Objekt, es erwacht. Stoppen Sie es. Ich kann nicht. Es war geplant, um zu töten. Aber keine unschuldigen Menschen. Sie müssen es vernichten. Das ganze Gebiet sofort absperren. Man riecht, dass hier irgendwas faul ist. Es gab einen Unfall. Ein Unfall? Ihr seid aus dem Fall raus. Es vervielfältigt sich ständig. Da geht etwas echt Großes vor. Etwas echt Großes, Jerry. Ich sag's dir. Wir müssen es finden. Verdammt, Scheiße. Jerry hat auch so eins mit nach Hause geholt. Es entfesselt seinen tödlichen Terror gegenüber jedem, der sich ihm in den Weg stellt. Ohne Ausnahme. Verdammt nochmal, was ist das? Um diesen Wahnsinn zu stoppen, müssen sie alles riskieren. Ich gehe auf Monsterjagd. Oh! Schlechte Nachricht. Kann irgendjemand auf der Welt diese tödlichen Invasoren vernichten? Von skrupellosen Wissenschaftlern für den Krieg im All erdacht, bedroht es nun die Existenz der Erde. Die Killer-Aliens greifen an. Die Zukunft des Grauens hat begonnen. Deep Space.